So meine Freunde, was geht? Willkommen zu einer Wartepart von... My God, there is. Ganz klar. So, wir nehmen jetzt mal einen Torch-Standard. Und wir spielen den Blumen Cup. Im Spiegel-Modus. Let's go! Glühheiße Wüste. Ja, stimmt. Das sind ja neue Strecken. Ich hab's gerade jetzt mit dem Retro Cup verwechselt. Und dachte mir so, hä? Ist das nicht von Gamecube? Und, ja, sorry. Ich sollte mich dafür erhängen. Oh, die Mucke ist saugeil hier. Feiersee. Ich hoffe, ich kriege hier einen Stern. Buhu! Ich hoffe, ich kriege ein geiles Item. Nix. Okay, hätte ich eigentlich... Ich hätte da wirklich gucken sollen, bevor ich das einsetze. Boah, die Mucke ist einfach nur geil. Ich liebe diese Mucke. Ich finde die echt geil. Nö, 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 nö. Die ist einfach schön. Ich genieße die gerade einfach zu sehr. Natürlich. Ich bin immer noch Dritter, Alter. What the fuck? Natürlich, Mann. Ja, Dritter. Nö. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf einmal so sch... Ich stelle mich einfach nur schlecht an oder ich fahre einfach komplett für den Arsch. Ich fahre wirklich einfach nur komplett für den Arsch. Das muss ich einfach auch zugeben. Ich weiß nicht, ob ich die ganzen Kapster freischalte. Ich weiß es wirklich nicht. So wie ich fahre. Hm. 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 Ich fahre halt einfach komplett für den Arsch. Aber die Gegner, die sind auch immer so 10.000 Meter vor mir. Ich glaube, diese Strecke wurde hier sogar geremaked bei Mario Kart Wii, oder? Mario Kart Wii, glaube ich. Oder Mario Kart 7. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, auf jeden Fall von einer von den beiden Spielen. Natürlich. So. Geil. Natürlich, Mann. Was trifft mich denn noch? Und als ob der erste Platz immer noch erster ist. Wo ist denn die? Wo ist denn die Alte? Natürlich. Da vorne ist die. Natürlich. Guck mal, was ich abbekomme. Jedes Mal. Ja. Ja. Toll, ein Blooper. Bringt ja gar nix. Toll, Dritter. Toll. Toll. Ich fahre einfach nur komplett für den Arsch. Ist einfach so. Es ist komplett für den Arsch. Warum fahre ich so scheiße? Ich verstehe es nicht. Was? Was mache ich denn falsch? Hä? Warum fahre ich auf einmal so scheiße? Warum sind die Gegner so 1000 Meter weit vor mir? Mann, warum fliege ich immer gegen diese Kackwände, Alter? Also, ob ich da nicht perfekt gedriftet bin. Und scheiß Gelaber. So, was war das für ein Slowdown gerade? Lag aber am Spiel, ne? Muss halt am Spiel liegen. Oh, perfekt getroffen. Yoshi, perfekt getroffen. Ich glaube, zum richtigen Zeitpunkt und auch richtiger Winkel. Einfach, beides hat gestimmt. Aber endlich bin ich mein Erster. Warum bin ich eigentlich nicht gleich so die ganze Zeit so gefahren? So kriegt man einfach einen richtigen Abstand hin. Einfach nur mit Driften. Eigentlich ist es wirklich nicht schwierig, hier Erster zu sein. Oder zu werden. Ich habe halt einfach nur nicht gedriftet die ganze Zeit. Das ist wirklich hier nicht schwierig. Das ist komplett EZ. Ich glaube, wir haben auch einen riesigen Abstand gerade, oder? Denke ich zumindest. Ja, wir sind Erster. Endlich mal. Das muss hier auch noch mal Erster werden, glaube ich. Und dann sieht das ziemlich gut aus mit dem ersten Pokal. Ich hoffe es. Hier muss ich halt einfach nur perfekt fahren. Und das ist der Pilzpass. Ach du Scheiße. Ich glaube, da kann man richtig oft aufs Maul fliegen. Da kann man ziemlich, ziemlich oft aufs Maul fliegen. Ich finde die Strecke sogar viel, viel schlimmer als ein Regenbogenboulevard. Oh. Warum hat das so Slowdowns? Und jetzt verstehe ich zum Beispiel immer noch nicht, warum ich Fünfter bin. Ja. Sorry. Das ist so lächerlich. Jedes Mal perfektes Zeitpunkt. Guck mal, ich bin schon jetzt schon wieder Vierter. Ein bisschen driften. Schon ist man wieder ganz vorne. Es ist so lächerlich. Sorry, aber was ist denn das? Natürlich ist es ein Lastwagen. Diese Strecke ist einfach scheiße. Jetzt wohne du Witz. Aber für den Arsch. Komplett für den Arsch. Ja, natürlich. Alles. Alles kommt auf mich drauf. Was noch alles? Los. Okay, jetzt auch mal ein gescheites Item. Jetzt ist es ohne Witz. Ich bin scheiß Zipter Platz. Ja, das Item verfehlt. Genau, Hack. Sorry, aber das ist nicht mehr legit. Natürlich kommen die Autos, Mann. Guck, ich konnte nichts machen. Das hat mich einfach weggefahren. Toll. Bin letzter. Geil. Geiles Spiel. Hammergeil gemacht. Schlecht gemacht einfach nur. Die Strecke ist einfach voll für den Arsch. Die ist komplett für den Arsch. Einfach komplett. Ist einfach scheiße. Ich hasse diese scheißbeschissene Gammelstrecke. Ja, drei Pilze genau als letzter Platz. Wen soll ich denn da überholen? Den Nikolaus. Toll. Sechster Platz. Scheißspiel. Gammelig. Nö, ich nehm die Save-File. Ist mir scheißegal. Ich hab meinen ersten Platz verdient. So, dritter Platz. Genau. Siegerehrung soll ich auch noch machen. Bei der scheiß Platzierung. Da, 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 könnte ich froh sein, dass ich überhaupt da hinkomme. Tschüss.